Das Leben ist so schwer, einfach zu leben, das kümmern wir. Das Leben ist so schwer, einfach zu leben. Das Leben ist so schwer, einfach zu leben. Das Leben ist so schwer, einfach zu leben. Wolken und Wind, woher die Eise, woher die Eise, kein Kraft, kein Tier, kein Mensch ohne mehr, die Menschen denken, dass immer mehr, die dann vergehen, als ist geschenkt, als ist geschenkt, in seiner Pfleg, 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 dem Menschen denken, dass immer mehr, die dann vergehen, du dein Erzähl, Mokar Asien, Wokum Asien, was macht sich den Mensch, das Leben so schwer, Mokar Asien, Wokum Asien, Wokum Asien, Wokum Asien, Danke, meine Damen und Herren, danke, danke für die Füße, wir haben auch verdient, aber trotzdem, vielen Dank. So, und jetzt lasst mal alles zu Hause, denk ich an euren Entscheidungsrichter, denk ich an euren Kontoauszüge, denk ich an den Geldbohle, denk mal an euch selber und manchmal zu dem schönen Abend, manchmal alles zusammen. Nehmen euch mal in den Arm und lasst uns mal so richtig alles, richtig feiern und dafür seid ihr da und ich auch, Dankeschön für den schönen Abend. Und hier in Dick und Durstsicht, Dick und Durstsicht, die haben den beiden wirklich gescheut, hier nach Hannover, von Hannover hierher zu kommen und euch in die Stimmung zu bringen. Und ich glaube, die haben auch mal einen richtigen Applaus verdient. Dankeschön. Herzlichen Dank. So. Das war ein Leibniz.